hallo liebe ladies von mein outfit of the day heute bin ich unterwegs und heute mit dem kameramann deshalb können wir gleich schön runter auf und runter schenken heute bin ich gleich unterwegs und muss ein paar stylings machen hier haare make up auf so einem wend deshalb habe ich ich sage ja immer geht niemand ohne glitz aus dem haus hier glitzerschuhe turnschuhe die sind mega geil bin ich heute ein bisschen flacher unterwegs das sind irgendwie nachgemacht egal auf jeden fall von den farben her so wo sie blablabla weil ich muss ja heute viel stehlen und viel machen make up ein bisschen näher ja heute habe ich sogar mit foundation nicht geschminkt weil ich muss ja frisch aussehen nachher werden ein paar making of fotos gemacht und ich brauche ja nicht dann so extrem glänzen könnt ihr sehen so ein bisschen die töne aufgegriffen von dem oberteil und so mit ein bisschen glitzer alles relativ relativ natürlich gehalten wimpern habe ich nicht mehr meine wimpern extensions sind ab ja ich lasse jetzt meinen natürlichen wachsen damit sie sich ein bisschen erholen ja dazu habe ich meine süße tasche dabei auch in den farben und ich muss jetzt auch los deshalb ist heute ein ganz ganz schnelles video ja bevor ich das vergesse viel spaß beim nachsteilen es geht auch ein bisschen sportlich leger und trotzdem mit glitzer geht alles ihr müsst euch nur schnell so zusammenreißen und kombinieren ich muss los wie spaß beim nachsteilen ein daumen hoch für mich für mein outfit of the day und ladies nur weil wir fast 40 werden heißt das noch lange nicht dass wir uns so kleiden müssen bis dann tschüss Tschüss! Tschüss!